Einmal im Monat, mein Mann Karl-Heinz lädt ein als seine alten Freunde zu Heimatabend. Freunde sind alle sehr krank, aber wie sie selber gar nicht. Zum Beispiel wackelt Josh, alle sagen, wackelt mit dem Kopf, weil er hat getrunken zu viel Schnaps. Ist aber Asperger-Syndrom, seltene Form von Autismus. Oder Heil Hitler, Hansi, der immer so verrückt. Karl-Heinz sagt, der hat einfach nur tolle politische Ansichten. Ich habe aber erkannt, es ist Tourette-Syndrom. Oder Kustel, Kustel. Angeblich, er kommt nie raus aus Pubertät. Aber ich weiß, es ist polymorphe Lichtdermatose, wie von tote Frau von Helmut Kohl. Oder Stille Heinrich. Ist gar nicht schüchtern, ist dort. Das war für sie ein alte, traditionelle thailändische Lied über Freundschaft. Oder Stille Vereinbach. Und kann ich nicht schüchtern. .